1975 Channel 4 Welche Uhrzeit? Ach komm schon Samstagvormittag Hucky der Specht, der rosa-rotte Panther Macduff der sprechende Hund, was ich nicht mochte, aber trotzdem geguckt habe Monsterbusters, im Land der Saurier, dann ähm Big John, Little John, was so ähnlich war wie der Film Big, nur seltsamer Okay, das ist der Wahnsinn Ich dachte, ich würd viel Fernsehen Ich hab mich auf die Sendungen gefreut Wartest du als Kind vernachlässigt oder so? Ich wurde wie ein Kalb großgezogen Ich wurde in einen dunklen Raum gesteckt, gefüttert und durfte mich nicht bewegen